Stammzellenforschung Stammzellenforschung ist ein Thema, das nicht ganz unumstritten ist. Trotz der Kritik wird heftig weitergeforscht und in den nächsten Jahren werden in der Medizin bahnbrechende Erfolge erwartet. In Münchweilen gibt es das erste Stammzellenlabor für private Einlagerung von Europa. Das heisst, man kann körpereigene Stammzellen isolieren lassen und für später aufbewahren. Andreas Haas hat heute einen Blick in das moderne Labor geworfen. Hier werden die Stammzellen in fliessigem Stickstoff eingefroren und können später wieder zum Leben geweckt werden. Bis es aber so weit ist, ist es ein langer Waag. Und um diese aus dem menschlichen Körper zu gewinnen, braucht es nur einen kleinen Eingriff. Grundsätzlich kann man es sich vorstellen wie eine kleine Mini-Liposuction. Das bedeutet, wenn man sich kosmetischen Eingriff macht, mit einer mehr oder weniger gäbigen Nadel ein wenig Gewebesprobe vom Fett heraus. Das ist in der Regel auch etwas, das von einem, der spezialisiert ist, dann gibt es das auf ästhetische Chirurgie. Man tut also Fettabsaugen und dort hat es Stammzellen. Doch was versteht man eigentlich unter diesem Begriff? Stammzellen sind die ursprünglichen Zellen bei uns im Körper. Sie haben das Potenzial, sich in ganz vielen Zellen weiterzuentwickeln, also zu Knorpelzellen, Knochenzellen, Leberzellen. Sie sind überall im Körper verbreitet und kommen dann zum Einsatz, wenn irgendwo im Körper ein Gewerbe geschädigt ist. Der Eingriff wird bei einem Arzt gemacht. Von dort geht es mit dem Expresskurier ins einzige Stammzellenforschungslabor in der Schweiz in Münchweilen. Dort kontrolliert man das Ganze unter sterilen Bedingungen und aufbereitet. Die Stammzellenforschung gibt es seit etwa zwei Jahrzehnten. Bei den Forschern im Thurgau kann man sich gut zurückerinnern. In der Schweiz ist es so, dass man relativ wenig Einschränkungen der Forschungen hat. Das bedeutet, seit 10, 20 Jahren gibt es das eigentlich schon. Und von dem her die grossen zwei Unterschiede. Früher hat man viel embryologische, embryonale Zellen gebraucht. Das wurde im Moment abgewechselt, indem man die adulten Erwachsenungen zählt und erforschen mehr. Nicht immer war die Forschung unumstritten. Darum legt man viel Wert auf ethische Aspekte. Wir sind strikt gegen Tierversuche. Das ist immer so die grosse Sache. Aber ich glaube, das ist eine faule Ausrede von den Forschern, dass sie immer Tiere für Versuche haben müssen. Und embryonale Stammzellen, die ein richtig grosses Potenzial haben, da geht natürlich der Embryo kaputt dabei. Das finde ich ethisch nicht vertretbar. Das würden wir nicht machen. Es ist aber auch nicht nötig. Es hat so viele Sachen, die man forschen kann auf erwachsene Stammzellen und so viele gute Resultate, die wir bekommen. Wir konnten zum Beispiel einen Knorpel herstellen, hier im Labor mit erwachsene Stammzellen. Das ist gewaltig. Die Stammzellenmedizin hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Das bestätigt man auch im Labor zu Münchenweilen. Also in verschiedenen Stadien. Wir haben grundsätzlich schon ganz viele Sachen, die klappen. Das ist zum Beispiel Knorpelersatz an Gelenke. Das sind sogenannte Host vs. Craft Reaktionen, also Abstossungsreaktionen bei Organtransplantationen, wo man das schon macht. Ein weiterer grosser Schritt wird es für die Menschen mit der Zuckerkrankheit geben, sprich Diabetes mellitus. Dort ist man gemäss dem Stephen Kalner zur Zeit am Forschen nach dem Insulinersatz. Doch das wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Spannend, das kann eigentlich jeder, wie Miriam Reif sagt. Doch auch hier gilt, je jünger, desto besser. Im Prinzip ist es keine Frage vom Alter. Je früher desto besser. Stammzellen alternen mit uns mit. Das heisst, wenn wir 70 sind, sind unsere Stammzellen auch 70 und können nicht mehr das gleiche Potential aufrechterhalten, wenn man 20 ist. Das heisst, je früher desto besser ist aber jedem Alter möglich. Und wir empfehlen das so früh wie möglich, solange man noch gesund ist. Das, weil die Zahlteilung im menschlichen Körper schneller über die Bühne geht, wenn man jünger ist. Doch einen Punkt gibt es noch. Die Stammzellen können nicht ein Leben lang eingelagert werden. Die bisherigen Tests waren alle über 20 Jahre. Ich glaube, das geht vermutlich viel, viel länger. Das wird man sich aber noch so sehen. Aber so 20 Jahre ist auf jeden Fall kein Problem für Zelleneinlagerungen im Flüssigstückstoff. Und zum Schluss. Das Ganze hat alles im Preis. So eine Stammzellenentnahme und Lagerung für 10 Jahre kostet rund 3'000 Franken. Und zum Schluss. 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 Und zum Schluss.